Um diese trigonometrische Gleichung zu lösen, werden wir sie auf eine der drei trigonometrischen Grundgleichungen zurückführen. Diese trigonometrischen Grundgleichungen sind Sinn gleich Sinn, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Ihre Auflösungen werden im Detail im Tutorial D5-029 erklärt. Wir können unsere Gleichung sehr schnell auf die Grundgleichung Cos gleich Cos zurückführen, den Minus 1, das ist der Cosinus von Pi. Somit haben wir schon die Grundgleichung Cos gleich Cos. Ihre Auflösung funktioniert so, der Cosinus vom ersten Winkel ist gleich zum Cosinus vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn dieser erste Winkel gleich ist zu plus minus diesen zweiten Winkel plus K mal 2Pi, wo K eine ganze Zahl darstellt. Diese Lösungen können wir sofort im trigonometrischen Kreis ablesen. Übertragen wir diese Lösungen auf unsere Grundgleichung, das heißt, der erste Winkel 3X ist gleich zu plus minus den zweiten Winkel Pi plus 2KPi, wo K eine ganze Zahl darstellt. Schauen wir im trigonometrischen Kreis, der Winkel Pi, der liegt da. Und dann kommt noch 2KPi hinzu, das heißt, wir sind dann da plus eine volle Umdrehung plus eine volle Umdrehung oder auch minus eine volle Umdrehung und so weiter. Für den Winkel minus Pi sind wir aber auch da. Das heißt, plus minus Pi plus 2KPi beschreibt genau dieselben Winkel wie Pi plus 2KPi. Also können wir dieses plus minus einfach fallen lassen und teilen jetzt noch diese Gleichung durch diese drei. Somit erhalten wir also X gleich Pi Drittel plus 2KP Drittel. Wir zeichnen diese Lösungen im trigonometrischen Kreis ein, um zu sehen, ob man sie noch kürzer fassen kann. Kann man nicht. Wir haben Pi Drittel plus 2Pi Drittel plus 2Pi Drittel plus 2Pi Drittel plus 2Pi Drittel und so weiter. Oder auch Pi Drittel minus 2Pi Drittel minus 2Pi Drittel minus 2Pi Drittel und so weiter. Also ist das hier die kürzeste Form, in der man diese Winkel fassen kann und somit schreiben wir diese Form in die Lösungsmenge hinein. Die Lösungsmenge besteht also aus allen Winkeln Pi Drittel plus 2KPi Drittel, wo K eine ganze Zahl darstellt. Und unsere trigonometrische Gleichung ist schon gelöst. Und unsere trigonometrische Gleichung ist schon gelöst.